Der Pingoletta-Podcast. Eintauchen in die coole Welt der Bücher. Hi, ich bin's, Pia Hoffmann, und wir schauen in dieser Folge mal nicht in die Bücher, sondern vorne aufs Cover. Und da sehen wir zum Beispiel ein Model in sexy Minikleid und hochhackigen roten Schuhen in einer öffentlichen Toilette mit beschmierten Wänden und abgewickelter Klopapierrolle auf dem Boden. Für Pingoletta-Covergestalter Helmut Speer, genannt Helmi, ein ganz besonderes Titelbild. Es entstand in einer Herrentoilette unseres Lieblingsclubs in Pforzheim. Das war ein Shooting, bevor die Bar öffnete. Die Toiletten an sich haben schon so einen Kunstcharakter uns gefiel, insbesondere die Herrentoilette. Weil die tolle Graffitis und Schmierereien an der Wand hatte. Die Bar wurde leider geschlossen. Die gibt es also nicht mehr. Von daher ist es nochmal für mich ein bisschen wertvoller geworden. Das Titelfoto des Romans Mädchenklo von Silke Boger hat das Wichtigste, was ein Cover braucht. Es fällt auf. Dabei geht es gar nicht so sehr um die Wirkung im Bücherregal, verrät Pi, alias Patrick Müller vom Pingoletta-Design-Team. Tatsächlich ist das Szenario, dass es dem Kunden im Schaufenster ins Auge springen muss, ein romantisches Idealszenario. Tatsächlich muss es im Online-Handel unter vielen Büchern, die beispielsweise bei Amazon angezeigt werden, da muss es eher auffallen. Ja, dann geht es natürlich darum, dass der Buchtitel gut lesbar ist, leicht erkennbare Farben und ein Foto von einem Menschen, der einen anschaut, ist natürlich bei manchen Büchern sehr hilfreich. Der erste Schritt zum erfolgreichen Cover-Foto ist natürlich die eingehende Beschäftigung mit dem Buch, berichtet Helmi. Der Autor macht so ein Exposé oder so eine Zusammenfassung. Dann entwickeln sich in meinem Kopf so Bilder, wie es aussehen könnte und welche Wirkung, das ich erzielen möchte mit dem Cover. Glückstreffer wäre, im eigenen Fotoarchiv was zu finden, weil es was Originales ist und auch zu dem Credo vom Pingoletta-Verlag passt, dass alles handmade ist. Und wenn wir mal denken, wir haben ein Motiv, dann stimmen wir das im Team ab. So entstanden auch die drei Cover für die Romantrilogie Die Wintertöchter von Mignon Kleinbeck. Die Titelbilder sind die optimale Visitenkarte für ihre Familiensaga, findet die Autorin. Auf den Covern der Wintertöchter-Saga ist eine Alm zu sehen, in verschiedenen Bildausschnitten. Wir haben uns für dieses Foto entschieden, weil es die melancholische Stimmung der Bücher wunderbar ausdrückt. Und weil die Hütte fast genauso aussieht, wie der Julianenhof in der Wintertöchter-Saga. Doch dieses melancholische Winterfoto zu finden, war gar nicht so einfach, erinnert sich Helmi. Genau genommen existiert es nämlich gar nicht. Es war ein Bild, das im Herbst aufgenommen wurde. Und meine Tochter hat es dann mit ihrem Bildbearbeitungsprogramm schneien lassen. Und so ist aus dem herbstlichen Foggi-Hat in Annaberg eine Winterhütte in Annaberg geworden. Und das Ergebnis hat uns so gut gefallen, dass wir das Motiv dreimal verwendet haben. In jedem Band ein bestimmter Ausschnitt. In düsterem, bräunlich-beige kommt die trübsinnige Winterstimmung perfekt rüber. Bei seinen Buchcovers greift Helmi stets mit Bedacht in die Farbkiste. Für Krimis, zum Beispiel die schwarze Villa, verwende ich sehr gerne dunkle Farben, gerne sogar nur Graustufenbilder. Bei Büchern zum Thema Liebe und Gefühle nehme ich natürlich sehr gerne fröhliche, emotionale Farben. Rosa oder Rot oder ein schönes Grün. Generell müssen natürlich Farbe, Textil und Gestaltung dem Inhalt des Buches entsprechen. Wie auch die Schrift. Klare, deutliche Buchstaben mit guter Lesbarkeit werden von Coverdesigner Pi großgeschrieben. Doch es gibt Bücher, bei denen andere Kriterien die Regel überschreiben. Wie etwa bei dem gerade erschienenen, sehr persönlichen Pinguletter-Roman. Wir hatten bei »Sei tapfer im Leben« mit dem Ausspruch »Sei tapfer im Leben«, Ausrufezeichen, eine persönliche Anrede an den Leser. Und da hilft es natürlich, wenn man das Ganze dann in einer Skriptschriftart darstellt, damit da auch ein bisschen die persönliche Note zum Ausdruck kommt. Der Buchtitel ist nämlich nicht nur sehr persönlich für die historische Romanheldin Ilse, sondern noch dazu ein authentisches Zitat, so die Autorin Karin Lassen. Das Cover zeigt eine alte Schrift. Das ist tatsächlich ein Auszug aus dem Poesiealbum von Ilse, das sie zu ihrem Geburtstag 1949 geschenkt bekam, in dem auch ein Spruch ist, der sich auch im Titel wiederfindet »Sei tapfer im Leben«. Das ist nämlich der Eintrag von ihrer Mutter. Ich hatte ursprünglich ein Cover entworfen und diese Idee ist aufgegriffen worden und ist natürlich sehr viel besser von einem Profi dann gestaltet worden. Und zwar von Pi. Eine Erfolgsformel für die Gestaltung des perfekten Covers hat er nicht, denn jedes Buch schreibt seine eigene Anleitung. Bei »Sei tapfer im Leben« hatte man eine relativ klare Cover-Idee, die man nur verfeinern und umsetzen musste. Bei »Das Vermächtnis der Vier« war es ganz anders. Da gab es vier unterschiedliche Cover-Entwürfe und dann hat man sich für einen Entwurf entschieden und den ausgearbeitet. Ein gräuliches Hellblau mit lila, peach und einer schwarzen Silhouette samt Drache ziert jetzt das Cover des Jugend-Fantasy-Romans. Doch diese Entscheidung trifft das Design-Team nicht alleine, betont Helmi. Im Pinkvilleta-Verlag legen wir großen Wert darauf, dass vieles im Teamwork entsteht. Daher ist es uns auch sehr wichtig, dass wir den Autor beim Cover-Design mit einbinden. Es gibt ja durchaus Verlage, wo Cover-Design Verlagssache ist, hat der Autor nichts zu sagen. Seien wir ganz anders. Klar haben manche Autoren zunächst mal andere Vorstellungen. Dann muss man ins Gespräch gehen. So auch bei dem Sachbuch »Als ich aus der Zeit fiel«, der ganz persönlichen Krankengeschichte von Jens Jüttner, der zehn Jahre unter paranoider Schizophrenie litt. Ursprünglich hatte der Autor eine etwas andere Vorstellung von seinem Cover. Der Titel ist ja »Als ich aus der Zeit fiel« und da wollten wir so ein bisschen »Fallende Zeit« darstellen. Meine Idee war, ich wollte die fließenden Uhren von Dalí oder sowas da reinbringen. Und dann kam Helmi mit der Idee, wir wollen aber auf jeden Fall ein Porträt nehmen, weil es ja eine Autogiografie ist. Und dann irgendwann kamen dann keine fließende Uhr, sondern purzelnde Zifferblätter. Da haben wir uns viel abgestimmt. Für Pi kommt das Porträt des Autors mit den stilisierten Uhren und purzelnden Ziffern dem perfekten Cover schon ziemlich nahe. Mein Lieblingscover beim Pinguletta Verlag, da bekommt der Covergestalter, der Helmi, immer großes Lob von mir, ist »Als ich aus der Zeit fiel« von Jens Jüttner. Finde ich sehr harmonisch gestaltet. Ich habe im Marketingbereich relativ viel für das Buch gemacht im Nachhinein. Und es fiel mir immer sehr, sehr schwer, dann Marketingmaterialien zu erstellen, die die Gestaltung des Einwandes noch besser machen. Und das spricht sehr dafür, dass das Cover als solches einfach sehr gelungen ist. Es sind kleine Kunstwerke, die Pi und Helmi immer wieder auf die Titelseiten der Pinguletta-Erscheinungen zaubern. Doch Pi sieht das ganz pragmatisch. Wenn man was selbst kreiert, dann hat es natürlich immer einen ideellen Wert, von dem man sich auch selber ein bisschen freimachen muss. Da geht es dem Covergestalter nicht anders als den Autoren. Es geht darum, den wenigen Platz, den man auf so einer Oberfläche von einem Buch hat, zu nutzen. Und es ist tatsächlich eher eine handwerkliche Aufgabe. Und das bisschen Künstlerische ist eher so die Kirsche auf der Torte. Und die Sahnestückchen unter den Pinguletta-Covers findet ihr auf der Verlags-Homepage. Vielleicht seht ihr das ein oder andere jetzt mit anderen Augen. Wir freuen uns auch, wenn ihr uns auf Social Media eure Meinung zu den Covers schreibt. Denn ihr wisst ja, Buchstaben sind unsere Leidenschaft. Noch tiefer eintauchen auf pinguletta.de